It's a me, da ihr Bier und damit willkommen zurück im nächsten Part zu Super Mario Bros. Wonder. Das erste Ausdruck, was machen wir jetzt, ist ein Charakterwechsel. Und zwar nehmen wir jetzt als nächstes den Luigi. Okidoki. Jetzt haben wir Luigi. Nichts wie hinterher. Here we go. Klingt wie ein Rasa-Spiel jetzt. Ein Rasa-Level, nichts wie hinterher. Oh, genau da rein, ey. Scheiße. Oh, komm, ey. Scheiße. Ich dachte, ich kann da drauf. Also, ich kann doch da drauf. Hab ihn. Oh, Mann, ey. Jetzt hab ich den Elefant verloren, ey. Voll gefällt. Ach so, ich muss gedrückt halten, ne? Juhu. Oh, das sind schon wieder solche. Oh, schade, ne? Oh, da. Ich hab nochmal ne Chance. Ich hab nochmal ne Chance. warte mal habe ich ein bisschen getrickst ich habe einen cooper erwischt stopp ja und rein da oh ich gehe in die höhle easy hab dich ich hab zuerst ich müsste auf eine nuss springen aber luigi kann auch bekanntlich eh höher springen als mario ich weiß nicht ob die das hier eingebaut haben kann ich nicht rein da auch nicht da auch nicht ich hab dich backen hören schien hier nein richtig nicht das war schön kriegt auf den preis warte das kann er kaputt machen oder natürlich kann das kaputt machen hallo hallo cooper da kommt der du hab dich weiter wie geil habe ich alles ja cool und ein ich habe so sehen ding ist kaputt gemacht ich habe schon mal hochkommen hatte ich versuche mal was ne schade da habe ich die fahne leider nicht erwischt das war cool vormitteln als elefant der rand ich glaube ich glaube ich gar nichts für die goldene fahne zu holen oder das gefällt mir das blumenschloss ist mein ja ich bin das blumenschloss sowie wundervolle macht ich spüre wie stärker werde und stärker und noch stärker bald wird alles mir gehören dieser ehnende bauser er wird noch alles verwüsten ich lasse ihn das lasse ich nicht zu wir müssen irgendwie zu ihm gelangen nehmen wir da vorne noch eine propeller blüte um zu ihnen aufzuschließen ok hat er für die ganze umwelt verpestet der bowser ach guck mal ach so das sind das gar nicht mehr so viele große welten oder spitze klasse mein papa ist jetzt ein schloss haha jetzt er hat jetzt so viel macht dass die man die noch aufhalten kann hehehe unterwegs müssen weiterhin das wird ja immer schlimmer schau nur dieser pflanzen hat sich um das haus dort gewickelt ach jetzt weiß ich wo wir sollten jetzt einmal mit unserem wundersamen probieren sie sind sehr mächtig daher können sie uns vielleicht mit diesem problem helfen alles klar cool abzeichnen aus der rohrenfelsenwiese here we go ist das ein boss oder was ist das ist hier alles in ordnung ich hatte solche angst ich dachte ich würde auf der stelle verwelken aber das abzeichen ist in sicherheit abzeichen die verleihen einem doch verschiedene effekte wenn man sie sich ansteckt reisen wir durch das blumenkühnreich sollte sie auch nutzen habe ich gehört also pritz florian ich bitte dich dass dieses abzeichen annimmst bitte bitte jemand von deinen pritzlichen geblüht weiß sicher etwas damit anzufangen gibt es so power-ups gibt es so upgrades die man benutzen kann toll ich wollte ja immer schon eines haben vielen dank mit diesen abzeichen kann ich auf unserem abenteuer bestimmt immer aus hilfreich sein das geht da geht mir das herz auf wie eine knospe ich bin ja so froh dass es die gefällt prinz florian abzeichen können euch auf euren abenteuern viele unheimlichkeiten ersparen das war nur zufall durch in der luft er oder schütte den controller um deine mütze als fallschirm zu nutzen und deine fall zu verlangsamen ok ich habe den ich kenne die stimme irgendwoher von dem von der blume ist das vielleicht irgendeine stimme aus little big planet ist nicht nicht von negativitron nein das negativitron wer kennt das negativitron schreibt es in die kommentare oh sieh ich mal hier um hier gibt es ja so viele zu entdecken aber es ist ja schon wieder einer von diesen widerwärtigen pflanzen wir brauchen mehr wundersamen also wohin gehen wir zuerst wenn du dir die karte ansehen möchtest drücke einfach l habe ich kann ich kann ich frei ich kann frei rumlaufen reisen zusammen hallo schön dich zu treffen ich bin brosser antenne ich spreche mich gerne jetzt an allem du etwas über das online spiel lernen möchtest kommen wir gleich zum thema hier eine entspannte lektion teil dein abenteuer mit spielern aus anderen ganzen welten spielst du online kannst du den spaß mit leuten auf der ganzen welt teilen es gibt viele möglichkeiten wie sich spieler in einem schwierigen situation gegenseitig helfen können klingt doch nach einer tollen grund online zu gehen oder setze das gelände in die tat um ne das mal verschnaufpause immer gerade aus einen galopteros hättet gar nichts auf ok gehen wir mal hier rein here we go abzeichen auswählen oh ok alter krass das ist cool das ist neu ok ne ich meinte elefant oh stimmt setze dann wo hier ja ok wie komme ich denn da rein wuuhh cool fantastisch oh 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 meine nukinase wartet mal kurz lol lol ich habe das gerade gemacht da oben war was ne aber ich habe jetzt nichts verpasst jetzt komme ich nämlich dann nicht mehr hoch oh gott der ist da der ist da gespawnt oh 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 danke sehr oh yeah was war das denn jetzt Boah, scheiße, ey. Lauf! Lauf, Luigi! Ah, shit. Scheiße. Boah, shit. Oh, shit. Oh, Gott. Du Scheiße, ey. Kacke. Ich hab was verpasst, oder? Nein. Ja, ich... Da lief ein bisschen hektisch vor, gerade, ey. Hm. Ich könnte es ja am Ende des Videos immer reinschneiden, wo die letzten Sachen dann sind, ne? Weil, Loris, der Part längst nicht vorbei. Machen wir das mal. Guck mal, was ich dann mache. Weißt du, ob ich das Spiel zu 100% spiele? Na, ich weiß nicht. Mal gucken. Ja, Tim, wie Spaß mir das mal. Immer geradeaus. Halt ja mal laufen, gedrückt, um zu rennen. Schnapp dir so... So, die Wundersamen. War's schon? Okay. Was ist das? Shop, oder? In diesem Laden blüht jeder... Jede Kunde auf. Wir verkaufen alle möglichen Bezahlungen mit den Blumenmünzen. Ah, okay. Zufallsaufsteuer. Du erhältst einen zufällig ausgewählten Aufsteuer. Lass dich überraschen. Jetzt kann ich Wunder-Paket umzukaufen. Jackungsabzeichen. Erhalte für das Besiegen von Gegnern zusätzliche Münzen. Ah. Cool. Wir ehren sie uns bald wieder. Felsbrocken? Oh, wie furchtbar nur. Dieser gemeinde Bowser ist schuld daran, dass hier ein Felser auf den Weg gefallen ist. Ich würde ihn so gerne zerbrechen, aber es ist einfach so riesig. Wenn ich doch noch nur zehn Blumenmünzen hätte. Durch die werden wir Poliz stärker. Ach so, ja, cool. Hier, hier, bitte. Danke, jetzt trotz meiner Blutblüte nur noch so vor Kraft. Den Fels aus dem Weg zu räumen, wird nicht lange dauern. Hey, du Fels, hör auf, im Weg zu sein. Oh, okay. Mit der Kraft, die du mir geschenkt hast, konnte ich den Fels zerschmettern. Dein Weg ist jetzt frei. Cool. Alter, ey. Steuerung kann man auch hier anpassen. Abzeichentest, Fallstimmung mit C1. Okay. Ich finde es so geil, als Elefanten mitzufliegen. Oh. Ach so, guck mal, wir verlieren gar kein Leben dadurch. Schweb in der Luft. Cool. Oh nein. Scheiße, ich wollte A drücken zum Gleiten. Aha. Okay. 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 Ups. Okay. Der letzte Spann. Wunderbar. Cool. Thank you. Cool. Ah, du hast also einige Wundersamen gesammelt. Die können uns beschöpft noch nützlich sein. Gehen wir doch mal zu der Stelle, wo sich diese gewundene Pflanzen befinden. Ich wusste, dass dahinter was war. Warum soll das? Das sah so komisch aus. Tolle Aussicht. Was für ein Ohr Captain Toad haben wir gefunden. Was für ein Ort, um jemanden zu begegnen, findet ihr nicht? Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Wir treffen uns dort gerade das erste Mal, ja? Oder kennt ihr mich etwa? Ich werde ganz auf meine Schatzsuche konzentriert, als ich plötzlich in einem Sturm geraten bin. Ich schätze, ich habe hier nicht viele gefunden, aber der Ausblick ist toll, oder? Ach ja. Während des Sturms wurden mir 50 Plumizzen direkt in die Arme geweht. Die können euch sicher helfen, wenn ihr gerade ein Abenteuer erlebt. Ich war ganz auf meine Schatzsuche konzentriert, als ich plötzlich in einem Sturm geraten bin. Ich schätze, ich habe hier nicht viel gefunden, aber der Ausblick ist toll, oder? Gut, wir haben einen Captain Toad gefunden, ey. Der kam ja damals das erste Mal im Wii U-Teil vor, von 3D World. Und da hat er ja ein eigenes Spiel bekommen. Rasende Rollstuhl-Coopers. Schwierigkeitsgrad 2. Cool. Ich glaube, ich gehe da kurz eben nochmal rein und versuche mal kurz, ob ich jetzt das Ding doch noch finde. Was ist denn das da unten links? Was ist denn das da unten links? Das war knapp. Meint ihr? So knapp war es nicht. Zack. Zack. Paul. So knapp war es nicht. Spiros sind da unten. das ist nämlich die stelle ich vor dem ich gesagt habe cool geschafft nice cool Komm her Warte mal hin Jepa Boah Da oben Das muss ich Oh, das hatte ich schon Prima Oh, shit Das hatte ich ja schon, ne? Gehen wir mal ohne das Ding jetzt lang Drei? Was hat denn? Keine Ahnung hat das jetzt wahr Ich hoffe, ich weiß, dass das nichts Süchtiges Muss er hin? Oh Komm her Komm her Ah, komm her Nice Nice Kann ich hier noch irgendwas machen? Ne, ne? Sieht nicht so aus, ne? Ja, ich glaube, dann war diese komische Blume, die ich da vorhin gerade hatte, ne? Diese komische Blume ist dann, also, nicht die Blume, diese komische Blase, die ich dreimal antippen musste, da war dann bestimmt die letzte Blume, äh, Samen drin Hä? Hä? Wieso habe ich jetzt einen Samen von dem gekriegt? Hä? Okay Ich glaube, ich werde mal Galileo und Mystery mit diesem Auftrag, äh, mit diesem Auftrag mal geben und gucken, was die mir dazu sagen können Aber bis dahin bedanke ich mich herzlich zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder zu Super Mario Bros. Wanda mit eurem Dagevian, tschüss Leute, immer schön Jaffa Keks essen Musik 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 Bis zum nächsten Mal.